Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Unicorn Finance. Mein Name ist Nick und in diesem Video findest du unten in der Videobeschreibung den aktuellen Affiliate- bzw. Bonus-Link. Je nachdem wann du das Video schaust, kann es einen anderen Bonus geben. Den aktuellen Bonus findest du immer unten in der Videobeschreibung. Falls du neben dem Affiliate-Link bzw. Bonus-Code noch weitere Anleitungen oder Vergleiche brauchst, schau gerne auf dem YouTube-Channel von Unicorn Finance oder auf der Webseite vorbei. Am besten abonnierst du auch gleich diesen Kanal, denn dann hast du auch immer das passende Tutorial griffbereit. Das war es dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem Bonus-Code oder dem Link. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.